alter krass also das müssen wir ausprobieren gleich ich hab mich aufs kaputt gemacht ich habe noch ein video was gerne schauen möchte und zwar haben wir jetzt schon mal ein paar mal sachen alle angeschaut von Nvidia AI labs und es gibt ein neues video von two many papers und zwar Nvidia's new AI draws image with the speed of thought und da geht es um den neuen Gorgon Algorithmus von Nvidia Gorgon 2 den können wir uns gleich auch gerne mal austesten aber erst mal schauen wir uns an was das den kann und dann testen wir es selber aus haltet ihr das so eine gute Idee ich schon let's go here fellow scholars this is two-minute papers with dr. Karol Zsolnai-Fehir welcome to episode 600 and today you will see your own drawings come to life as beautiful photorealistic guck mal du malst halt irgendwie so kindergarten zeichnung und die künstliche intelligenz macht halt so krasse bilder daraus ab so krass turns out you can try it too i'll tell you about it in a moment this technique is called gaugan 2 and yes this wie heftig ist das vor allem ist es photoreal in goes a rough drawing and out comes an image of this quality krank 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 kr Immer so. Es ist nie was, wie man es sich vorgestellt hat. Alter, ich habe so bock, das hier auszuprobieren. So krass. Einfach das beim Kunstlehrer abgeben. Hi, EQ. Sag einfach, das hast du gemalt. Ist ja keine Lüge. Yes, really. How is that even possible? Well, if we don't feel like drawing, instead we can just type what we wish to see and my goodness only generates these images according to the written description, but this description can get pretty elaborate. For instance, we can get ocean waves. That's great. But now let's add some rocks. Hitting rocks. And a beach too. And at the beach. And there we go. Lol. We can also use an image as a stock... Hey, einfach stock photos selber machen damit. The fuck? ...point, then just delete the undesirable parts and have it impainted by the algorithm. Now, okay, this is nothing new. Computer graphics researchers were able to do this for more than 10 years now, but hold on to your papers, because they couldn't do this. Yes, we can fill in these gaps with a written description. Couldn't witness the northern lights in person. No worries. Here you go. And, wait a second. Did you see that? There are two really cool things to see here. Thing number one, it even redraws the reflections on the water. Alter, krass. Even if we haven't highlighted that part for impainting. We don't need to say anything and it will update the whole environment to reflect the new changes by itself. That is amazing. Now, I am a light transport researcher by trade. Okay, Leute. Ich hab genug gesehen. Wir wollen selber ausprobieren. Okay, pass auf. Was wollen wir? Okay, next. To proceed, please review the terms of... Yes, yes. Terms of use agreed. Alright, let's go. Wie funktioniert das? Ich hätte vielleicht das Tutorials zu Ende schauen sollen, oder? Wie macht der das jetzt nicht? Run Tutorial. Next. Next. This allows you to choose... Oh, my God. You can check... Ah, okay. Lake. Click here to generate an output image. boah krass klick hier zu reassemble a different environment alter lol klick next okay das heißt ich jetzt winter lake with mountains during sunset abfahrt ich hab's kaputt gemacht was war noch mal mountain next to a lake during winter aber funktioniert das denn nicht das macht mich jetzt traurig weil das kommt wenn man sich das jetzt anschaut hier and this makes me very very wie geil das ist bei ihm ist es doch einfach realtime aber eben ist auch ein programm und keine website online demo gibt es da auch irgendwie ein download von ah now we talking okay wir schauen das video zu ende und dann habe ich das ding gedownloadet okay 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 number two i don't know if you caught this but this is so fast it doesn't even wait for your full request it updates after every single keystroke alter das kann drawing is an inherently iterative process and iterating with this is an absolute breeze not will be a breeze it is du kannst sogar das ist sogar smart photoshop kannst ja sogar ein bild da reinpacken von dir und dann da rum bauen now after nearly every two minute papers episode where we showcase an amazing paper i get a question saying something like okay creating a castle in the sky digga kass when do i get to see or use this in the real world alter kass rightfully so that is a good question the previous gaugan paper was published in 2019 and here we are just a bit more than two years later and it has been transferred into a real product not only that but the result has improved a great deal about four times of what it was before the new version also supports more materials and we are at the point where this is finally not just a cool demo but a tool that is useful for real artists well here you can really put it in an early version and then damit arbeiten to be that's fine i know today i need not to tell you that it was it will be a breeze huh wofür brauche ich denn noch photoshop is a breeze kas my well great news was you can try it right now was in two different ways one it is now part of a desk kobe das aussieht das kann mir doch keiner erzählen location called nvidia canvas with this you can even export the layers to photoshop and continue your work there this will require a relatively recent nvidia graphics card and to there is a web app tool that you can try right now the link is available in the video description and if you try it 10 sekundes runtergeladen let's go scroll down and make sure to read the instructions and watch the tutorial video to not get lost and remember all this tech transfer from paper to product took place in a matter of two i find so geflashed gerade wow the pace of progress in a so krank okay let's go probieren das mal aus mbda canvas okay here we go here we go das sieht schon mal nach was anderem aus ich verstehe noch gar nichts was passiert wenn ich das mache okay das ist so viel flüssiger als die website hill lol alter krass ich bin komplett geflasht was das hier ein mountain machen wir hier einfach noch mal so ein berg hin kann ich meinen stroking what the fuck is this lol alter alter ist das krass okay pass auf wir machen jetzt noch einen fluss hier hin nein nein so ein bisschen sand ey junge ich bin einfach künstler geworden ob das krass ist habe ich gefragt ob das komplett op ist habe ich gefragt so ein bisschen gras hier vorne vielleicht so vor allem du kannst es immer wieder abändern hier insane vielleicht ein bisschen nebel hier oha oh ich kann sogar so in dem bild malen wow okay yes yes vielleicht machen wir dann den fuck nur so ein bisschen wow warte ich mach nochmal ein bisschen sand hier hin und dann haben wir hier noch warte mal river war es ne river hier so ein bisschen outbranchen und danach haben wir jetzt hier mehr hin es transformt sich langsam in was anderes hier einfach künstler geworden lass uns mal was anderes ausprobieren wir nehmen mal wir machen mal so ein bisschen was mutiges wir füllen das wir machen jetzt erstmal so einen wald wir machen erstmal einen wald alter findet ihr das nicht auch voll satisfying man schöne schneelandschaft und dann machen wir jetzt hier so einen schönen berg hin so ein bisschen lonely mountain mäßig ist vielleicht ein bisschen groß ne okay warte der so mehr in der distance irgendwo ist so dann kommt da jetzt noch so ein bisschen nebel drüber oh zack und jetzt noch so einen kleinen fluss oh guck mal sogar die reflektion alter schnee ist das pretty oder ist das pretty was passiert wenn ich das jetzt mach junge das ist ja so krass einfach verschiedene äh komplett verschiedene ich bin so geflasht da können wir auf jeden Fall einiges nochmal mit ausprobieren geiles tool absolut geiles tool cool